recht herzlich willkommen zur siebzigsten folge von towns ja spielstand wird geladen und da sind wir schon wieder drinnen wir sind hier im keller waren aber eigentlich oben glaube oder zuletzt haben wir doch da den aufgang hier gemacht oder wie war das hier irgendwo da und ich glaube das ist einer einer falsch hier und er ist es gerade gesetzt worden aber ist auch halb so wild das kriegen wir dann auch noch hin ich glaube da muss eigentlich weiter nach hier sind jetzt zwei frei aber was soll wir bauen da erstmal gerade weiter oder ich bin da habe ich jetzt gar nicht mitgericht er muss gleichzeitig mit dem händler gekommen sein oder was aber ich glaube das ist jetzt nicht so die problematik hier war die happiness 19 von 26 ok weil wird gekämpft die man gerade sieht aber ich denke nicht dass da einer bei sterben wird oder ich glaube wir sind auch schon durch da holte einer schon den stein und bringt er den nach hier unten wird ja auch noch gebaut okay da ist auch schon gut ok da kommen ein paar schleime wird aber nicht das problem sein die zu schlagen gut da wird weiter gebaut habe ich bin jetzt bestimmt gesunken oder nicht mal 19 geblieben hätte ich jetzt nicht mitgerechnet ich dachte so wenn so böse gegner kommen dass die happiness runter geht aber dem ist wohl nicht so gut da kommt noch ein stein zwei sogar noch nur einer fehlt nur noch dann ist da auch schon zu dann kann da weiter gebaut werden holz wird gefällt wahrscheinlich dann für unsere produktion der fußböden ja nachdem wohin läuft da würde ich auch gleich weitermachen ja passt und hier unten ist auch fertig kann auch noch ein ziehen so da haben wir wieder was zu tun 18 hier sieht alles schick aus es ist gerade dunkel wie schaut denn das im keller mit dingens aus grabstätten aber die müssen wir noch haben gut das passt alles ja da lief gerade einer lang keine ahnung was der im keller gemacht hat ja wird schon passend sein da holt ein schwein der geht in der küche schlachtet und kocht aber wahrscheinlich nicht läuft dann weg retten immer so hat es da reingelegt roher pork rohes schwein ausgeholt und wird gebraten und fertig nein und ich wurde erst zubereitet und jetzt wird es gebraten wird es hingelegt ne doch nicht mal ins festlein gebracht auch schön gebrochte schwein ok und da ist der erste der es isst wie seht ihr denn jetzt aus 19 einer gestiegen wo schon fertig ne ganze reihe fehlt noch ok aber da ist fertig gut da geht schon wieder einer mehr gut ob das immer so weiter geht ich wills hoffen die tragen es nach hinten schön das ist schon gleich die nächste reihe die wir dazu machen können spiel in pause kann das sein ja ein angriff von reichlich leuten können wir einen schneller machen ok die müssen dann also nach hier hinkommen und ich glaube das ist einer einer falsch hier der erste ist gerade gesetzt worden aber ist auch halb so wild das kriegen wir dann auch noch hin ich glaube da muss einer eigentlich weiter nach hier sind jetzt zwei frei aber was solls bauen wir erstmal gerade weiter oh da ist ein angriff spinnen habe ich jetzt gar nicht mitgericht da muss gleichzeitig mit dem händler gekommen sein oder was aber ich glaube das ist jetzt nicht so die problematik hier war die happiness 19 von 26 ok 13 haben wir ok überall wird gekämpft wie man gerade sieht aber ich denke nicht dass da einer bei sterben wird oder ich glaube wir sind auch schon durch da holte einer schon den stein wo bringt er den nach hier unten wird ja auch noch gebaut ok da ist auch schon gut ok ach da kommen noch ein paar schleime dürfte aber nicht das problem sein die zu schlagen ja zack zack tot gut da wird weitergebaut happiness ist bestimmt gesunken wenn er nicht mal 19 geblieben hätte ich jetzt nicht mitgerechnet dachte so wenn so böse gegner kommen dass die happiness runter geht aber dem ist wohl nicht so gut da kommt noch ein stein zwei sogar noch nur einer fehlt nur noch dann ist da auch schon zu dann kann da weitergebaut werden holz wird gefällt wahrscheinlich dann für unsere produktion der fußböden ja je nachdem wo er hinläuft da würde ich auch gleich weitermachen ja passt und hier unten ist auch fertig kann auch noch einziehen so da haben wir auch wieder was zu tun 18 hier sieht alles schick aus ist gerade dunkel wie schaut denn das im keller mit Dingens aus Grabstätten aber die müssen wir genug haben zu tief ach wir waren zu weit oben gut das passt alles da lief gerade einer lang keine ahnung was der im keller gemacht hat ja wird schon passend sein da holt ein Schwein der geht in die Küche schlachtet und kocht aber wahrscheinlich nicht läuft dann weg wetten immer so hat es da reingelegt rohe Pork rohes Schwein rausgeholt und wird gebraten und fertig nein und ich wurde erst zubereitet und jetzt wird es gebraten wird es hingelegt ne doch nicht mal ins Festlein gebracht auch schön gebrochte Schwein ok und da ist der erste der es isst wie sieht der Binders aus 19 einer gestiegen oh schon fertig ne ganze Reihe fehlt noch ok aber da ist fertig gut da geht schon wieder einer mehr gut ob das immer so weiter geht ich will es hoffen die tragen es nach hinten schön das ist schon gleich die nächste Reihe die wir dazu machen können ich spiele in Pause kann das sein ja ein Angriff von reichlich Leuten können wir einen schneller machen die müssen also nach hierhin kommen das dürfte nicht so die Schwierigkeit sein ne hier sind immer welche am buseln das wird nicht einer sein das werden mehrere sein die da angegriffen werden die drei Helden wären natürlich auch cool wenn die mithelfen würden ja obwohl das ist nicht unbedingt die beste Sache ja hier sind jetzt mehrere und die Spinne kriegt jetzt auch noch eine ich glaube das war es dann hat doch geklappt ich weiß jetzt nicht wo die anderen noch kämpfen da kriegen wir schon hin sind aber immer noch 13 happiness ist 19 da fehlt noch einer und hier auch würde ich schon fast sagen dass wir hier zu machen können dann müsste eigentlich klappen oder ja der ist auch schon fertig das bedeutet wir können dort drei mehr machen da läuft einer bringt den einen Stein rein dann ist die Reihe fertig und die letzte fehlt dann nur noch gut so dann wird hier weiter produziert mindestens 1 auf 18 runter gegangen insgesamt gesehen alles gut oder hier ist irgendwie nix zu essen mehr drin das heißt wir können mal noch ein paar Apfel und sowas hier ernten so laufen da jetzt alle hin gut frau einer geht da hin zwei oh mehr nicht geht nicht so einer erntet da kommen noch zwei zur Hilfe oh zwei vier und dann war da noch einer fünf oder was da ist gerade noch einer ach jetzt kommen sie alle okay passt ich bin der 17 16 feldgrad wenn Bäume klettern und Äpfel pflücken haben sie keinen bock drauf aber wird bestimmt gleich wieder hoch gehen ist jetzt weil sie so weit vom Herd weg müssen oder so hier sind nur einige Bäume die blau sind hier vorne vor allem die sind schon fertig ja ich weiß gar nicht ob da welche bei jetzt sind die zwei einlegen der hat hunger der haut ab da passt schon alles happiness 17 steigt ist gerade 18 geworden ja also alles gut da kommen noch ein paar zu hilfe wieder hier haben vielleicht noch was gegessen gerade wird sogar eingelagert hier glaube ich glaube oder ja wird auch eingelagert sogar krass so die letzten blauen stellen noch weggehe und das war's gut jetzt haben wir wieder obst 19 happiness ist nicht gestiegen da fehlen noch drei oder so und da fehlt einer gut und das klappt runtergefallen ist kein stein zurzeit macht aber keiner was da schlafen möchte die anderen machen essen wahrscheinlich ist aber auch reichlich ich glaube da oder fünf rote ja und oben gibt es auch einen ja kommen wir mit klar wird jetzt Holzgrott geholt ich glaube ja könnte sein da wird wieder Holz gefüllt sogar das passt auch jetzt legt er den an der da nicht hin passt obwohl da ist dicht da kommt der hin und der ist runtergefallen war klar ja jetzt ist der da hingekommen der passende so die nächsten drei oder ich glaube wir müssen erst den einen da hin machen dann wird der da unten jetzt auch weggenommen sonst müssen wir den zerstören sollte aber auch nicht das Problem sein jetzt wird's hell da wird der genommen aber das war irgendwie buggy ja den kann er nicht wegnehmen das heißt ich werde den zerstören und er guckt sich jetzt an und fragt sich wo ist der geblieben hier ist ein bisschen back von der größe der bäume ok ok nochmal ja die bäume sind glaube über dieser ebene sogar dann ne ja ich will hoffen aber dass es funktioniert ok da geht das nicht das wäre aber super schade dann müssen wir nämlich definitiv das sieht ganz danach aus die bäume da wegnehmen gucken wir ob das klappt die nehmen den alle hoch und den können wir da nicht hintragen aber ab zwei andere ok einer ist wieder runtergefallen also mal schauen ob wir das dann nochmal hinkriegen ich glaube wir müssen die bäume da fällen die äpfel müssen wir mal umpflanzen würd ich mal sagen dann machen wir hier noch ne reihe hin ne ja das war direkt neben dem lager da aber kriegen wir schon hin oder passt die länge her, passt machen sie auch schon ein stein fehlt da noch, die anderen sind aber unterwegs und muss zugleichs können wir auch noch machen und dann hier zurück dorthin und da können wir Apfelbäume nach pflanzen einer geht ja schon mal ok ja da wird der erste Apfelkopf zum Setzling gemacht genau so ist es und dann machen wir doch hier oh wir haben vier neue Leute gekriegt sehr schön die letzten drei müssen wir dann noch machen so happiness 15 34 brauchen wir alles gut einmal noch oh wir müssen sofort zusehen dass wir denen noch was zum anziehen geben äh da ja ich machs einfach wahrscheinlich laufen sie alle im Keller und werden sterben aber wir haben es ja irgendwo im Griff ne gut gut die Äpfel kommen dann dahin job 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 den dritten machen wir auch noch drauf ist ja nichts mehr gucken wir mal sieht ein bisschen komisch hier aus ähm äh warum macht er das nicht komisch jetzt jetzt sieht es mal so aus als ob es geht ja hier sind schicke rote schwerter will keiner haben ok ok da wird etwas weggearbeitet das ist schon mal gut dann kann es oben auch hingearbeitet werden ne zwei fehlen ne könnte aber so wie ich sehe die mittlere Reihe verlängern ohne Probleme so müsste machbar sein ne ups so ah die hat sich glaube ich ein Schwert geholt ne junge Dame gerade ok die ist auch gleich schon ausgerüstet bis auf den Helm der hat was der letzte der ist jetzt nicht so schlau und tut sich irgendwas holen ne ne ob der geht nicht irgendwo kaputt dann ne ja spider at sword und das meine ich mal bei allen an Nisch aber ich habe jetzt nicht gleich das gleiche bei allen ausgesucht Der Erste hat sich jetzt gerade ein anderes Schwert geholt. Jetzt hat er das aber auch getauscht. Nehmen wir da nochmal so. Ja, auf jeden Fall haben sie alle einen Brustpanzer. Ist ja schon ein bisschen Verteidigung, das geht doch, oder? Wäre schön, wenn sie jetzt alle noch eine Waffe wenigstens in der Hand hätten. Aber da kommen sie wohl nicht zu. Da liegt irgendwo ein Stein. Den machen wir mal kaputt. Und ich glaube, das können wir hier auch weg machen. Rekultivieren war das, oder wie heißt das? Ja, hat fast geklappt, ne? Machen wir so. Ja, dann können wir da noch zwei Steine draufsetzen. Machen wir da einen Abschluss, oder? Ja, erstmal, wir können sie auch wieder zurückbauen, so ist ja nicht. Funktioniert auf jeden Fall erstmal. Gut, die sind alle momentan wohl mit Essen machen, beschäftigt, so wie das aussieht. Ich finde, es ist 17, die Hälfte von dem, was wir brauchen. Aber jetzt werden hier auch gerade wieder Holzklötze gemacht. Wunderbar, passt. Alles gut. Aber für die Folge soll es auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.